Super, vielen Dank, da wurde gerade ein Foto von uns geschossen. Da freuen wir uns natürlich. Uns will ja sonst keiner sehen. Deswegen trägt ihr uns ja immerhin so eine Kiste hier rein. Das heißt nicht nur hört, sondern auch sehen. Wir brauchen jedoch eine kleine Leinwand. Ja, und bevor wir jetzt hier so ein bisschen Spaß zusammen sind, wissen wir auch warum der Schweizer Fotograf hier ist. Weil Vera Bröttinghofer zu uns gekommen ist. Aus der Schweiz. 43 Jahre alt. 2021. 2021.